Hallo ihr Lieben, das ist ein Video über eine Sache, die im Grunde so banal ist, dass der eigentliche Skandal darin besteht, dass man sie überhaupt noch sagen muss. Also dass es eine Information enthält, das sollte keine Information mehr enthalten. Und diese einfache Wahrheit ist, Revolutionen bringen keine Freiheit. Sie bringen eine neue Art von Unfreiheit und das haben sie immer getan. Ich nehme jetzt zwei Beispiele. Das Beispiel, auf das man sich wahrscheinlich leichter eignen kann, ist zum Beispiel die Revolution im Iran 1979. Also nicht von ungefähr haben große Bevölkerungsteile, nicht nur irgendwelche rückständigen, ewig gestrigen Theokraten gegen den Schar rebelliert und haben eben zu dieser Revolution beigetragen. Also die Revolution gegen den Schar kam nicht von ungefähr, sondern war das Ergebnis massiver Unterdrückung. Was aber diese Revolution gebracht hat, ist eine neue Herrschaft, eine neue Form von Fremdbestimmung. Also die Theokraten haben sich dann unter den verschiedenen Revolutionären durchgesetzt und sie einen nach dem anderen ausgeschaltet. Das ist das, was wir überall sehen, wo es Revolutionen gab, in der ganzen Neuzeit. Du kannst jede Revolution nehmen, sie läuft immer nach dem ungefähr gleichen Muster ab. Die zweite Revolution, da werden wir uns wahrscheinlich weniger einig sein, ist tatsächlich die in Deutschland 1989, das heißt auf dem Staatsgebiet der damaligen DDR. Also die große Lüge ist, dass man ausgegangen ist davon, dass sozusagen man mit der Beseitigung der DDR und der Diktatur der kommunistischen Partei einfach die Freiheit hätte. Man beseitigt die Herrscher und dann hat man Freiheit. Was die Menschen auf dem ehemaligen Staatsgebiet der DDR bekommen haben statt Freiheit, ist eine neue, andere Form von Fremdbestimmung. Also man hat eine Form der Fremdbestimmung durch eine neue Form der Fremdbestimmung ersetzt. Natürlich kann man darüber streiten, welche dieser beiden Formen der Fremdbestimmung jetzt die schlimmere war, aber man kann nicht die Story erzählen, dass man die Fremdbestimmung beseitigt hat und jetzt wäre dadurch Freiheit entstanden. Das ist einfach eine sehr naive Sichtweise auf Freiheit und wie sie entsteht. Man kann so sagen, Freiheit entsteht halt nicht so einfach, so leicht. Du killst oder entfernst die Herrschenden und dann bist du frei. Das ist eine absolut naive Form. Was du dann kriegst, sind andere Herrscher. Oder die Revolutionäre von gestern sind die Unterdrücker von morgen. Super. Was ist da der Fortschritt? Und also diese Storyline, man hat jetzt irgendwie Freiheit, das ist nicht, also man hat aus verschiedenen Gründen in Ostdeutschland halt dann westdeutsche Herren bekommen. Man hat also eigene Ostdeutsche von Moskaus Gnadenherren gehabt. Die hat man beseitigt aus gutem Grund. Und was man dann bekommen hat, sind westdeutsche Herren. Also alle Betriebe, auch die ersten Ministerpräsidenten und die Politiker waren alle Wessis, weil nur die das neue System irgendwie bedienen und verstanden haben und nur die, die Ressourcen haben. Also kurz gesagt, der Westen hat rein machttechnisch sich den Osten gekrallt. Der Osten war demgegenüber relativ wehrlos. Das ist einfach eine neue Form aus ostdeutscher Sicht, eine neue Form von Fremdbestimmung. Da darf man sich überhaupt nichts wundern. Also darum geht es mir aber nicht. Mir geht es jetzt nicht um, das ist viel, das Thema ist viel zu klein. Unser Thema ist einfach viel größer. Das Thema ist, wie bekommen wir denn wirklich Freiheit? Wie entsteht denn Freiheit in der Realität? Und dann kann man eine Sache feststellen, sie kommt ganz sicher nicht durch Revolutionen. Revolutionen sind keine Form, die Freiheit bringt. Es gibt die Möglichkeit zu echter Freiheit, aber sie kommt nicht durch Revolutionen zustande. Und wie das in Wirklichkeit geht, sehen wir, finde ich, überdeutlich eben in der griechischen Antike. Also die einzige Gesellschaft, die je ansatzweise sowas wie Freiheit realisiert hat, ist nach meinen Begriffen paradoxerweise das kriegführende und sklavenhalterische und frauenfeindliche Athen. Also alles furchtbar, alles nicht nachahmenswert, alles aber überwindbar, wenn man das Grundprinzip mal verstanden hat, wie politische Freiheit überhaupt entsteht, weil wenn man dieses Grundprinzip verstanden hat, kann man es selbstverständlich auf alle Menschen ausweiten. Das ist drin. Aber dazu muss man das Grundprinzip ja halt erstmal verstanden haben. Und mein Vorwurf an die Neuzeit samt und sonders ist, dass sie nicht versteht, wie Freiheit entsteht. Das ist einfach sozusagen fehlendes technisches Know-how. Also wir haben fehlendes technisches Freiheits-Know-how, vor allem unter den sogenannten Liberalen. Entschuldigung, ich muss mich kurz schnäuzen. Gerade die Leute, die sich heute für liberal halten, in egal welchem Sinn, es gibt ja ganz völlig unterschiedliche Bedeutungen des Wortes liberal, sind Leute, die nicht verstehen, wie Freiheit entsteht. Also frag einen Liberalen, wie Freiheit entsteht und er zählt ja vollkommenen Stuss, der zeigt, wie ahnungslos er ist darüber. Also Freiheit ist möglich, Freiheit ist extrem viel Arbeit in der Herstellung. Es erfordert wahnsinnige Anstrengungen von Gesellschaften, um Freiheit sowohl herzustellen, als auch zu stabilisieren. Das heißt, Freiheit zu erhalten. Freiheit ist extrem aufwendig in der Mache, aber sie ist möglich. Und sie ist den Aufwand auf jeden Fall wert. Das Problem ist einfach, wir wollen Freiheit zu billig haben. Und eine dieser Formen, Freiheit zu billig bekommen zu wollen, sind Revolutionen. Also das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht all derjenigen Menschen, die riesige Opfer gebracht haben, um Revolutionen zustande zu bringen. Trotzdem ist, kann man sagen, rein systemisch betrachtet, Revolutionen sind so billig. So einfach läuft die Geschichte nicht. Das ist zu einfach. Wir beseitigen die Herrscher oder entfernen sie von der Macht und dann haben wir Freiheit. Freiheit ist halt, ja, eine kindliche, naive Sicht auf das Thema Freiheit, aber keine erwachsene Sicht. Freiheit ist sehr, sehr, sehr aufwendig in der Herstellung. Sie ist aber möglich. Also eine freie Gesellschaft ist möglich. Wir haben sie halt in der Neuzeit nirgendwo realisiert, weil wir halt den Aufwand nicht betreiben, der dafür nötig ist. Und Revolutionen sind auf jeden Fall nicht die Form, in der wir Freiheit gewinnen. Deswegen kann man Revolutionen als Form getrost vergessen. Wenn ihr im politischen Feld das Wort Revolution hört, kann ich nur dazu raten, wegzuhören, wegzugehen. Befasst euch nicht damit. Es ist es einfach nicht wert. Das zeigt die Geschichte so stabil als Phänomen, dass ich es, sag ich mal, historisch arrogant finde, eine weitere Revolution anzuzetteln und zu sagen, bei uns passiert aber was anderes, wenn wir eine Revolution machen. Ja, also nachdem irgendwie die und 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 die damit gescheitert sind, also nur eine Form der Fremdbestimmung durch eine andere ersetzt haben, nur eine Form der Herrschaft durch eine andere ersetzt haben, herzugehen und zu sagen, bei uns ist das aber anders, das ist historisch arrogant, das ist historische Hybris. Ja, also warum soll das bei uns anders laufen als, warum soll es uns anders ergehen als all den Menschen zuvor, die das Gleiche versucht haben und dann ein stabiles Resultat davon hatten. Das ist einfach so ein Nicht-Lernen, ja, so Input-Output, ja, Trial and Error, ja. Du hast immer den gleichen Input, du hast immer den gleichen Input, aber sagst dann, aber wenn wir den Input machen, kommt ein anderer Output heraus, ja. Du hast immer den gleichen Trial und es passiert immer der gleiche Error, aber wenn wir den gleichen Trial machen, passiert bei uns nicht der Error. Ja, das ist Hybris. Entschuldigung, historische Hybris, ja. Also Revolutionen haben mittlerweile nachgewiesen, wozu sie führen, zu einer neuen Form der Fremdbestimmung, zu einer neuen Form der Herrschaft. Das ist ganz sicher nicht das, was wir brauchen und deswegen brauchen wir ganz sicher keine Revolutionen. Sorry, ja. Also die Form Revolution hat sich historisch erledigt. Zumindest wenn unser Ziel ist, freie Gesellschaften zu begründen. Die werden wir nicht über Revolutionen bekommen. Ganz sicher nicht. Wie sie gehen, wie gesagt, kann man einen Entstehungsprozess des politischen, Entstehungsprozess der Demokratie in der Antike sehen, also wie die Freiheit zustande kommt in der Realität. Aber da muss man sich halt mal in dieser Zeit etwas intensiver und ausführlicher und differenzierter befassen und eben auch falsche Rückprojektionen vermeiden. Also Dinge, die uns intuitiv nahe zu liegen scheinen, wo uns aber genau durch diese, sag ich mal, historische Interpretationsreflexe, zu denen wir heute neigen, uns die entscheidenden Dinge genau dann deswegen entgehen, weil wir das heute auf das damals rückprojizieren. Und damit entgeht uns dann häufig das Besondere, das Einzigartige, das Einmalige, das im Selbstdemokratisierungs- und Selbstdemokratisierungsprozess Athens lag. Das passiert leider auch vielen Historikern, denen das nicht passieren sollte, weil das eben ihr Job ist. Ja, anders als mir. Ich bin ein verrückt gewordener Laie. Nicht mehr, nicht weniger. Ich werde immer ein Laie bleiben und werde nie wissenschaftlichen Ansprüchen genügen mit dem, was ich hier erzähle. Will ich auch gar nicht. Ist nicht mein Job. Ceterum censio. Isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss. Das ist nicht mein Job.